Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und ich werde heute wieder live streamen. Heute ist Donnerstag, der 6.8. Wir werden um 15.30 Uhr anfangen, drüben auf www.twitch.tv Schrägstrich Böser Gummibaum und ich werde versuchen, mich aus meinem Monster Train tief zu befreien. Ich habe ein bisschen viel verloren. Ich habe auch alleine gespielt. Und ich habe noch mehr verloren, als ich vorher schon verloren hatte. Und das macht mich unglücklich und ich wäre gerne glücklich und von dem her werden wir Monster Train spielen. Bis dann!